Engel, dann geh du weg. Ich mach mit Mumu. Ich mach mit Mumu. Hast du gesehen, was ich mit Paralle gemacht hab? Bruder, genau so, Rishi. Guck in dem Arm, wie der aussieht, bitte. Der sieht aus mit seinem Kopf wie ne verbrannte Herdplatte. Wenn du willst, Mumu, kannst du mit ihm matchen, aber der ist stark, pass auf. Bruder, Engel, 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 du kennst mich, wenn ich komm, ich bin sein Endgegner, ich hab ihm letztens 5-0 gegeben, er musste eine Woche offline bleiben, er hat Walla gesagt, er ist trotzdem live gekommen, weil er ein Ehrenloser ist. Warte, Engel, 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 wie oft ist sowas zum Beispiel bei uns passiert, aber wir haben immer fit gemacht, weil davor er hat zwei Runden nicht Bestrafung gemacht und wir haben gesagt, wir machen fit, er hat selber ja gesagt. Bruder, Barello, du hast vor 30.000 Leuten auch bei Allah geschworen. Momo, Momo ist trotzdem live gekommen. Hast du den gewonnen mit 30.000 Leuten? Ich hab ihn gewonnen, 5-0, Junge. Niemals. Woher 30.000 hast du zu gewartet? Walla, Engel, Engel, Walla, ich hab gewonnen, 5-0, er hat auf alles geschworen und bei Allah, der geht eine Woche nicht live, er ist drei Stunden wieder live gekommen. Engel, 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 du bist Zeuge hier, Verlierer, ich und Momo Njufs, Verlierer wird TikTok-Name händen. War der Gewinner. Engel, du bist Schiedsrichter. Engel, guck zu, du bist Schiedsrichter. Walla, schau zu, äh, Verlierer, wer, Walla, wer jetzt flügt? Bei 10-0, bei 10-0, nicht flügt. Warte, wer jetzt sein Wort nicht hat, ist der größte H1 von den Deutschland umläuft, okay? Genau so, genau so. Verlierer macht ihren Namen eine Woche lang. Genau so. Engel, Gesicht. Engels, äh, der Name ändert Engel in sich. Okay, komm, aber 10-0 hintereinander. 5 Runden. 5 Runden, bis du 1-5 schaffst. 10, Junge, 10, nicht 5. 10 hintereinander. Nein, guck mal, guck mal, Engel, Engel. Bei jeder Runde, bei jeder Runde, Momo Njufs und ich machen eine Bestrafung. Es gibt bei jeder Runde eine Bestrafung, aber 10-0 ist krass, dass die Bestrafung mit Namen ändern. Mach doch gleich bis 5 und einfach, wer 5 hat, der gewinnt, bruder, sprichst du. Okay, komm, aber ehrlich, warum, 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 warum 10-0? Leute, schreiben alle niemals den 5. Wer erst 5 hat, ist der 1-5. Okay, 5, Aide, Aide, 5. Aide, schau mir das an, Aide. Aide. Jender, komm. Ciao. Ciao, Engel. Ciao. Guck mal, bevor ich anfange mit dir zu matchen, Du entschuldigst dich bei meinem Top-Supporter Marcel, der dich rasiert hat. Der hat so viel geballert und du bist trotzdem wieder live gekommen, obwohl du eine Woche offline bleiben musstest. Entschuldige dich. Okay, Marcel, es tut mir leid, ja, da solltest du eigentlich nicht vorkommen, aber der Typ hat ein paar Runden davor nicht seine Bestrafung gemacht, also weiß er auch selber und deswegen muss ich, ganz ehrlich, ist ja passiert, aber ab heute wird Wort gehalten. Barello! Ja, danke, danke, an jeden der Typ, der zuschaut, Leute. Leute, bitte lasst 5 mal hintereinander gewinnen. Jan, danke, folgt alle Jan, Leute. Weil wenn wir jetzt 5 mal hintereinander gewinnen, ändert Barello seinen Namen zu Molamo, Leute. So, danke, weiter, 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 weiter. 2-0, Barello. Nein! King Molamo, du Ehrenmann! Ja, ha, 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 King Molamo! Nein, Leute, alle Admir, Adi, Sky, Urban, folgen Abraham, folge 3,1, durch. Nein! Ihr gehört, wie ich gesagt habe, 2-0, Barello? Dann kam der Snipe aus der Hölle, vom King Molamo, den Ehrenmann, alle Abu und... Erzählbar, seine Hände waren hoch. Vielen, vielen Dank! Weißt du, wer King Molamo ist? Weißt du, wer das ist? Ich kenn diesen Adi nicht. Abu Rothschild, Abu Rothschild, er hat seinen Namen geändert zu King Molamo und du wirst heute genauso deinen Namen zu Molamo ändern. Heute ist dein Zahltag, Junge! Also, Inshallah, nicht mit Szene. Warte mal, warte mal! Wie ist es so Pisse vom Bahnhoffreunden im Gesicht zu haben? Tipp vielleicht, ganz gib. Tipp vielleicht, ganz gib. Barello! Ja. Ich hab dir gesagt, ich hab dir schon mein Part 2 gezeigt, den ich über dich habe. Wenn du weiterredest, ich mach den hier online. Bis zum nächsten Mal.